Ja moin meine Freunde, heute nehme ich euch mal mit zu einem Fotoshooting und einem Videodreh von 8 Tuning-Fahrzeugen und zeige euch mal das ganze wie das so abläuft und es gibt halt ein paar geile Autos so zum Beispiel Audi RS5 dann ein Infiniti, Audi S3 und auf jeden Fall muss ich erstmal die ganzen Sachen hier einpacken und hier lege ich dann einfach mal der ganze Kram hier rum, wie ihr seht, Wasser ganz wichtig, nimm mal einen Schilder ja auf jeden Fall packe ich das jetzt ein und dann geht es schon los 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 und dann geht es schon los